3 hallo und herzlich willkommen zu battlefield 4 multiplayer mit dem mark of silk road obliteration und so und wir sind richtig gut drauf heute haben schon richtig abgerult auf den anderen runden war also der hammer ist auch absolut mein lieblings map habe ja schon mal mit als wir die gespielt haben ja schon mal gesagt das ist die absolut beste map die es gibt bei battlefield bis jetzt ich finde vor allem die map ist so schön variantenreich also man hat auch mal andere farben und so also außer braun halt auch noch ein dunkleres braun manchmal ist auch wasser dazwischen und manchmal auch ein anderes helleres braun hol den mal ab hol den mal ab ja ich habe ich habe es nicht mark störst aber alter ich kann reparen ich kann nicht werden ich bin es auch ich bin es heute Warum bin ich in der Saal? So eine Scheiße. Da war gerade Grand Theft Auto angesagt, da wurde jemand vom Motorrad untergekickt. Diese Cheetah. Ein 6er, lol. Einfach mal in der Luft gespawnt. Die sind gerade erblenden, ne? Haben die C? Ja, C ist durch dann. Alter, wie viele grüne Punkte ich hier sehe. Ah, nice! Alter, das ist echt der Hammer. Der Sniper will mich doch verarschen. Ich hab ihn, ich hab ihn! Roadkill! Nee, nee, da ist noch ein anderer, rechts, man. Rechts, hinter dir. Ja. Ja, und du bist auch so dumm. Boah, ich bin da! Ich bin da! Ich erlebe es mit! Live! Gleich geht das Ding hoch, ne? Dann ist erstmal hier nicht im Radiusseiten angesagt. Alter! Alter! Mann! Oh! Du spawnt die Bombe. In der Mitte, in dem Lager wahrscheinlich. Oh fuck! Oh fuck! Wow! Mann, hier kommt man gar nicht rein! Da ist ein Sniper! Preis auf den! Wow! Das war knapp! Mann, Junge! Einfach eine Rakete ins Gesicht geschossen! Los, Basti! Ah! Oh Mann, ey! Wer ist das denn gewesen, ey? Kapselriss? Nee, Kapster! Kapster-TA, Alter! Ohne! Ja, genau! Der leckt Kot, Alter! Mh, Nischen! Nischen! Leute, ich bin runtergekommen! Werf eine Granate und bin direkt da! Zincon ist die beste Map! Ich liebe Zincon! Die fahren zu 10, ne? Nee, die fahren zu... Nix! Nix von den Grazer! Ja! Nix! Wow, wow! Was macht der Tank? Was machst du da? Ich hol die Bombe, warte! Nee, der holt schon jemand die Bombe! Nice, Basti! Nice, Basti! Einfach mal den Tank geklaut! Und Schiss! Ja, irgendwie... Da ist er! Da ist er gut! Wo sind die... Kleinen Stückchen Scheiße? Oh, 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 oh! Fick dich, Junge! Du bist down, Junge! Bam, Junge! So, jetzt! Ganz ehrlich, Mann! Ich werd dir jetzt dein Scheiß-Gehirn durchlöchern, Junge! Junge! Du kommst hier nicht weg! Du kommst hier nicht weg! Ich schwöre es dir! Bei dem Adams-Apfel deiner Mutter, Junge! Auf gar keinen Fall schießt du diese Drecks-Rakete! Au, 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 au! Zurück, zurück! Ja, stimmt! Zurück, zurück, zurück! Ey, ich habste nicht! Scheiß auf die... Da ist auf die immer ein Scheiß auf die! Habt ihr immer noch die Bombe? Nee! Also die Brücke hier ist schon ziemlich... Ihr wurd geplättet, oder? Wurd geplättet? Da ist ein... Die haben das auf dem Motorrad gerade mal! Ganz ehrlich, weißt du was? Ganz ehrlich, weißt du was? Du hast ein Auto underground, Alter! Au, au, au! Oh! Roadkill! Er ist kaputt! Ich schwöre, ich bin jetzt von der Masse, der auf dem Motorrad vorne! Der hat geplättet, der plättet jetzt! Ach, Mann! Nein! Nein! Zieh doch! Komm schon! Komm schon! Nein! Ich bin gestorben! Fuck! Ich wollt grad die Fusion gehen! Das war zu spät! Na, eins, eins, ey! Was soll es? Was soll es, ey! Kleine Krüppel! Ohne Scheiß, Mann! Wow! Hier für uns! Jetzt steck ich den Kopf in den Kopf, Junge! Was geht ab? Little Bird da oben! What the fuck? Was ist das? Man kann ja nichts! Jo! Da oben fliegt einer mit einem Fallschub, Freunde! Ich auch! Ich kann nicht supern! Warum hast du einen Ushia-Zeichner drauf, Walter? Ich? Ja, du hast einen Sharing-Gun drauf! Ich weiß! Was denn? Ja, fahr doch nicht so hin und her, du Krüppel! Willst du mich verarschen? Ja, du bist wieder überlebt! Und jetzt! Dieser Tank da hinten! Bam! Oh! Von der Seite erschossen! Von Kot nach Speer, weißt du! Kot nach Speer? Der ist oben im Turm drin, ey! Komm, stecke rauf! Nein! Was macht der? Stecke ein! Mann! Alter! Hilfe! Wo ist der denn? Einen habe ich, der True Pack! True Pack! Alter! Was? 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 Was geht ab, Mann? Was? Was soll das? Was? Ey, was? Wie talkst du mit mir, Mann? Was geht ab? Ja, wir haben geplantet, Mann. Wir machen die grad fertig so. Wir machen grad grad gar nix so. Machen grad gar nix. Wir laufen hier. Wir spielen Team Deathmatch! Team Deathmatch Underground! 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 Alles mit Underground! Underground! Hey, hey, hey! Fuck! Hinter uns! Hinter uns! Alter! Da hat mich... Lol! Ein anderer Sniper von rechts. Ja, von Balduri. Naja, ganz ehrlich, Junge. Ja, der echte Kotnascher. Das ist ein Kotnascher! Balduri, das ist ein Kotnaschbär! Weil der nascht nämlich auch nicht nur Kot. Der nascht vor allem Bärenkot. Mh. Mh. Nussig. Mit nem... mit nem würzigen Abgang. Haha, würzigen. Da ist noch einer! Ach, Mann. Crooked Bee. Alter, das kann doch nicht wahr sein, Alter! Ich hasse diese Waffe! Das hab ich denn da für ein Drecksdingen! Ich nehm nen Tank. Ja, ich nehm auch jetzt ne andere Waffe, also nen Tank. Noch nen Tank. Oh, nee! Nee, die geht... Boah, Alter! Fliegen die denn jetzt hin? Warte mal, wo können die denn jetzt hinfliegen? Meinst du, die fliegen zu B oder A? Zu A. A machen wir. Oh, da komm ich nicht hoch! Fuck! Komm schon! Ich fahr zu A! Ja! Klein Motherfuckers! Hier, 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 hier! Der plantet, der plantet! Hab ihn! Haha! Jetzt geht doch mal jemand defusen! Jo! Ich lass mein Panzer einfach mal hier! Hab die Bande! Ja, defused! So, ich hab da hinten noch nen Tank stehen! Ich glaub mir einfach den Tank! Nö! Gas! Keiner Nutensohn, Mann! Ich schwöre! Wow! Kotnaschab... Kotnaschbär! Kotnaschbär! Der nascht Kot! Alter, was war das jetzt? Kotnaschbär! Der Kotnaschbär! Scheiß Tank-Fahrer! Scheiß Tank-Fahrer! Bam! Was geht ab? Was geht ab? Wir feiern die Ganze da! Wir feiern die Ganze! Die Ganze! Heute ist Assi angesagt, Alter! Ja! Was geht ab? Wo ist denn jetzt die Bombe? Wie, ich carrying die Bombe? Achso, ich hab die Bombe hinten drin! Ich gar nicht gesehen! Los, Basti! Ja, hab ich gar nicht gesehen, dass ich die dabei hab! Aber ich wollte natürlich ein bisschen vorsichtiger vorgehen! Eigentlich wusste ich jetzt schon die ganze Zeit! Die Zukunft der Welt liegt in deinen Händen! Kommt mal mit! Da vorne ist ein Tank! Ja, was soll das? Ich bin unterwegs! Oh, was ist denn Basis? Doch, jemand der mich arrived! Repaired! Repaired! Ich fang die Schüsse ab! 1%! Ich muss hier raus! Oh mein Gott, der Heli! Alter! Nein, ich werde beschossen! Warum werde ich beschossen? What the fuck? Oh ne, eine Granate! Oh ne, drei Granaten! Oh ne, vier Granaten, Alter! Oh ne, ich bin tot! Ja, Tank! Hayley! Alter! Da ist einfach alles am Arsch, ey! Alles ist am Arsch! Am Arsch! Am Arsch! Sag mir, warum das so ist! Weil es cooler ist! Oh, oh yeah! Ich hab's gesehen, Mann! Ich bin dabei, Mann! Ich bin am Start, Mann! Ich hol mir die Bombe, Mann! Das ist ein Tank, Mann! Fuck! Ja, bitte! Ja, bitte! Ja! Capster, Mann! Capster! Der wollte sich eigentlich Casper nennen, konnte nur nicht schreiben! Ey, ich spawn... Ich spawn hier im Tank, Mann! This time, I spawn in a fucking tank! Da, 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 da! In a Panzer! Panzer! Panzer time! Aber hier ist... Was hier ganz cool ist, ist das hier so die Hitze, ne? Dass das so flimmert! Ja, das ist geil! Wie viele Leute! Ja, ja, aber warte mal! Bist du nachher dran? Bist du nachher dran? Ich fick die Kotnascher! Warte! Warte! Ja, fahr ruhig ein bisschen näher ran jetzt, weil... Weil sonst erwisch ich die hier nicht! Kutnaschbeer, ja, ja! Kutnaschbeer, sorry! OALTER! Der Heli! Aua! Links oben! Kann... Ich kann nur pehren, warte! Dann bleiben wir jetzt ganz kurz stehen! Bleiben kurz stehen! Aua! Alter, ich werd von links erschossen! Boah, das war knapp! Aua! Okay, wir müssen weg! Aua! Das war... Ich wurde von Kebab-Haaren erschossen! Ich auch! Ja, der hat Kebab-Haare! Ist ja ekelhaft! Der hat Haare im Kebab-Alter! Mh... 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 Ich hätt' gern'n haarigen Kebab heute! Aber ohne Zwiebel! Nein, und die sind... Die sind bei arm Blenden! Nein! Fuck! Das schaffen wir nicht mehr! Das schaffen wir nicht mehr! Aber den Heli krieg ich! Wir werden keiner von uns die Fuse schaffen! LOL! What the fuck! Jawoll! Nein! Oh, nö! Ey, fuck! Wir haben... Jetzt steht's... Jetzt steht's auch noch 2 zu 2, Alter! Fuck, Alter! Ja, Paul, warum wartest du nicht einfach? Ist schon, Paul! Ja, Schnauze! Fuck! Wir wollen's spannend machen! Ich will eigentlich nur gewinnen, ehrlich gesagt! Wie sieht's bei euch aus? Gewinnen, 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 gewinnen! Jetzt haben wir's mit Kurt, ne? Kurt Kekse! Kurt Ficker! Kurt! Ey, hier kommt Kurt! Ohne Kurt! Boah, hast du Drecksgranaten mit dem... Ich hab auch das Gefühl... Die Bombe ist... Die Bombe ist gedript! Die Bombe! Der Drops ist gelutscht! Die haben die Bombe! 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 Die haben die Bombe nicht mehr! Die haben die Bombe nicht mehr! Ja, ich... Holy Crap Ninjas! Alles klar! 28 hat der auch und so! Was für ein Hurensohn! Ja, Holy Crap Ninjas! Fick dich einfach! Du Hurensohn, Alter! Du Fick dich! Du Arschgeficktes! Genau! Alles klar! So! Ne, die nehm ich jetzt einfach nicht mehr... Ich nehm jetzt einfach mal... Wann nehm ich denn jetzt hier? Ich nehm mal... Die Bombe? Ah, N90 nehm ich jetzt mal wieder... Ja und die Bombe sind aufm Weg! Die sind aufm Weg! Was? Nein! Nein! Das muss doch jetzt jemand diffusen! Geh bitte! Bitte! Geh bitte! Ich bin viel zu weit weg! Geh zu weit weg! Nein! Ich bin tot! Oh man, das verlieren wir echt noch! Ja... Haben wir's? Ja! 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 Ja, ja... Oh Fuck! Der Hebi hat sie wieder! Bunt... Sind wir mit dem Tank mit gefahren? Jetzt fahr doch auch, du kleines.. Er hat mich! Los, warum ist irgendjemand da über uns? Frennt doch mal. Ne, hier ist keiner mehr. Alter! Aus der Distanz, weißt du? Ist doch wohl ein Scherz, mit was schießt der denn? Okay, das schaffen wir jetzt. Ja, Mann! Die Bombe ist droppt. Die Bombe ist droppt. Droppt! Zivir! Mike! Überlebt. Nein, der Heli hat die... Was war das? Die Bombe ist droppt! Was? Die Bombe wurde gedroppt! Alter, was geht ab hier? Was geht ab?! Wir feiern die ganze Nacht. Ich bin direkt bei der Bombe, aber ich hab gar keine Energie mehr. Ja, eben. Ja, da hab ich eben noch einen gekillt, aber das war's dann auch für mich. Danach bin ich direkt wieder, hab ich mich hingelegt und wollte eine Runde schlafen. Da kamen auf einmal einfach eine Trilliarde Leute. Einfach mal. Unentschieden. Ja, nochmal Multi-Kill gelandet hier! Ja! Yeah! Obwohl wir eigentlich, glaub ich, schlechter waren, oder? Ich weiß es nicht. Easy, ja genau! Zwei... Alter! War ja mal richtig Premium gerade! Die Mother ist easy! Ja, die ist easy to get, weißt du? Ja, die ist easy to get, weißt du? Der hat das schon mal abgecheckt, ey! Code-Naschbär! That should be drawn! Ja, aber du nassst Code, Alter! Das ist auf gar keinen Fall ein Gleichstand, ey! Das ist ja voll ekelhaft, was du machst, Junge! Ja, auf jeden Fall! Mit diesem super geilen Ergebnis! Bis zum nächsten Mal bei... Und danke fürs Zuschauen! Tschüss! Tschüss! Tschüss!